prinzessin ihr seid zurück und ihr seht aus es lege euch etwas auf dem herzen verstehe ihr habt alle risse geschlossen aber der könig und link bleiben weiterhin verschollen nach eure majestät wo seid ihr nur wir sollten jedoch nicht euren erfolg kleinreden es ist euch gelungen die großen risse in der in den verschiedenen regionen zu schließen jetzt gibt es nur noch einen großen risse in den schloss hyrule jener ist also der euch beide und den könig verschlungen hat ja eine schande dass seine majestät immer noch hilflos und allein in einem riss steckt und während wir hier herumstehen können unsere doppelgänger sich ungestraft im schloss austoben general dex eure hochheit werte ministerin sind zwar als general des königreichs von hyrule kann ich keine sekunde länger stillhalten ja aber was wollt ihr denn sonst tun handeln ich marschiere jetzt ins schloss hyrule und enttane dieser hochstapler abmarsch aber general dex warten sie doch ich glaube ich nicht die beste idee würde ich jetzt mal zu gucken dabei waren doch noch mal wollen wir doch immer noch in unserer lagebesprechung geduldet durch doch ein bisschen aber zurück zur sache ja klingt noch nicht gefunden wir können nur hoffen dass es ihnen gut geht als nächstes wollt ihr nun wahrscheinlich auch nach schloss hyrule der falsche könig trachtet euch nach dem leben also seid auf der hut okay wundert mich dass wir jetzt schon richtung schloss hyrule müssen ja wahrscheinlich müssen wird er ins schloss und dann merken wir ohne klappt doch nicht so und dann müssen wir die anderen beiden bereiche story story durchgespielt da komme ich so nicht an wo habe ich denn hier meinen soldaten erst mal bitte alles blatt ich weiß nämlich nicht die spinne kann nämlich nicht über über land laufen ich bin mir halt nicht sicher wir können jetzt mehr beschwören oder paar einheiten sind günstiger geworden ich wüsste jetzt aber nicht welche die zb was sind nicht alle günstiger geworden verdammt ich dachte dass quasi alle die uhr zwei jetzt ein kosten oder so aber das ist leider nicht der fall noch die vierer kosten immer noch vier das ist nicht so ich das gehofft habe das herz da möchte ich gerne haben das vorliegst du müssen erst die gegner platt machen weil sonst fokus der die immer jetzt bringen uns da mal hoch genau jetzt brauchen wir einmal ich glaube das mein gott ich bin auch dumm die anderen betten nehmen sollen das sind nur bestimmte gegner günstiger geworden nicht objekte dann vier betten bespüren reicht das ja echt war aber wieder neues herzteil dieses bild hier ist immer noch nicht cool das hier erinnert mich wirklich so an dies an die ebene aus allerdings wo das haus stand ist das hier kommt mir so ähnlich vor hier die plattform da und so wo haben wir hier eigentlich irgendwas erledigt da ist noch so ein lustiger wald da ist nämlich das teil das habe ich nicht mal nicht aktiviert anscheinend so ist wirklich gut dass man sich so umschauen kann was müssen wir tun damit ihr uns glaubt kennt ihr denn nicht mein gesicht meine stimme meinen gestalteten gestielten körper sich etwa aus wie ein eine fälschung hört doch mal zu generat das hat keinen zweck unsere doppelgänger haben sich die macht im königreich unter den nagel gerissen seine majestät hat uns davor gewarnt dass sich doppelgänger wie ihr herumtreiben und uns erhöhter wachsamkeit aufgefordert wenn ihr der echte generat seid dann müsst ihr doch die parole kennen also los wie lautet sie der könig hat eine parole ausgegeben damit wir hochstapler erkennen können der falsche könig hat den leuten eingetrichtert dass wir die doppelgänger sind es scheint als hätten sie uns nach strich und faden ausgebotet die originale werden für fälschung gehalten hört mich doch an der könig und die anderen die sich jetzt im schloss befinden sind doppelgänger generell decks dieser an dieser ansatz ist zum scheitern verurteilt egal was ihr sagt man wird euch nicht glauben aber aber da ist ja mal eben das halbe dorf oder das heilerschloss verschwunden und jetzt kommen jetzt wir gehen nach da ist ja mal eben das halbe dorf oder das heilerschloss verschwunden und jetzt kommen jetzt wir gehen nach oh nein heilerschloss statt alles wird vom riss verschluckt was sollen wir nur tun nicht den kopf verlieren ihr seid die soldaten von hyrule oder etwa nicht wie lautet eure mission das volk zu beschützen ganz genau habt ihr es also doch nicht vergessen dann zeigt aus welchem holz ein soldat von hyrule geschnitzt ist geleitet die panisch herumlaufenden bürger in sicherheit ich kümmere mich in der zwischenzeit um alle die es noch nicht heraus geschafft haben gemeinsam werden wir das volk beschützen jawohl was für eine katastrophe nur ihr könnt den riss schließen eure hoheit ich bitte euch rettet alle die dort hinein geraten sind ich werde auch tun was ich kann und nach kräften bei der evakuierung helfen hallöchen jetzt muss ich die doch hätten warte vielleicht irgendwo unter uns ja tatsächlich im bereich unter uns gibt es einen ort an dem ich einen zugang zum riss öffnen kann wir müssen einen weg finden dorthin zu gelangen und der questtyp ist nicht mehr da im haus du hattest sicher große angst aber jetzt ist alles in ordnung komm mit ja roheit der junge wurde zurückgelassen ich würde ihnen sicherheit bringen wollen unter die stadt sind kennst du eine stelle wo man in den untergrund gelangt ihr wollt unter die stadt also am grund des bundes in der nähe dieses haus gibt es einen tunnel in die wachstube führt glaube ich alles klar das hätte ich auch selber geworfen war nur gerade weil da die quest noch angezeigt wurde dachte ich vielleicht ist der typ da drin wir können die quest darin machen so zum angriff meine lite krieger ein zufällig ist der wohnen verschont worden mit rammolin in den brunnen hier steht eine wache rum da will man hier ein wenig zeit tot schlagen zeit sinnvoll nutzen aber plötzlich tummelt sich da oben überall monster was tue ich hier bloß ja das frage ich mich manchmal auch das war dieses weiche zurück zelda aber wenn wir jetzt schon das schloss befreien hätte es eher gedacht dass das neue risse oben und unten auftauchen da wohnen wir noch nicht waren das ist ja ein bisschen komischer welt schon das schloss befreien würden und quasi da läuft bestimmt irgendwas schief dass ich nur den einrufen kann also die frage ob man jetzt nicht tatsächlich kleine risse machen könnte um irgendwie aufzuleveln da und so ja ja ich glaube wir können wir in dieser abgeschnitte baum sieht auch lustig aus weiß auch nicht warum manche häuser da so kommt überall da wo seitlich stehen und abgestürzt ok sie hat auch immer echt komisch aus wenn die so in der luft schweben da müssen wir nicht hoch okay relativ simpel diesmal gibt nur ein weg das ist der weg weil ich mir nicht sicher bin ob da nicht gerade eine insel war aber ich glaube da kommen wir von da hinten hin ist das eine trap oder ist da irgendwas das ist einfach nur dico guter brunnen ja abyshark Ebi Shark. Warten wir auf der Klippe stehen geblieben. Alter, machen Ballonen die uns immer alle mit Butter und mit Milch. Was soll ich denn mit der ganzen Butter? Da drüben ist was. Wir haben doch nie im Leben rüber. Also bleibt uns doch nichts anderes als hier hoch zu schwimmen. Ich bin halt echt nicht sicher. Da drüben ist halt noch eine Insel. Ich dachte, wir kommen da von da oben hin, aber dann will ich da wissen, was da ist. Kann ich die mit Vögeln angreifen? Okay, die machen halt einfach gar keinen Schaden. Okay, das war jetzt jeder. Okay. Okay. da habe ich auf den gegner geachtet so wie kommen wir da jetzt am besten das ist die frage und jetzt wenn das erste wasser glaube ich verkehrt ich bin mir nicht sicher ob das ist oder nicht das ist so das problem es ist zu schwer dann das reicht so aber auch schon das ist okay das hat sich jetzt so gar nicht gelohnt glaube ich ja da fällt er auch überhaupt nicht runter das problem ist da drin geht es auch noch weiter ich weiß nicht da wirklich weiter kommen das scheint mir echt extrem weit zu sein wüsste nicht wie wir darüber kommen sollten natürlich die möglichkeit dass du von hier oben zum beispiel der fledermaus darüber fliegt das ist aber auch nicht viel höher was daumen geht es ja auch noch weiter aber das sieht mir nicht aus wenn es darum geht wenn ich auch die vögel benutzen das weiß ich gar nicht da ist eine kiste wow holy holy wie soll ich denn an die kiste rankommen ich weiß nicht ob das reicht wenn ich mich hier hoch baue es ist halt wieder jetzt das nervige mit dem auswählen von den ganzen sachen ja das bringt mir sowieso nichts weil wenn ich jetzt ja hallo vögelchen kann ich nicht nehmen so mehr ich habe keine ahnung schaffe ich nicht in einem jump darüber ich das sind darüber schaffen ich darf nicht vergessen ich kann jetzt mittlerweile sachen auch weiter entfernt zaubern aber das zum beispiel nicht das mit den betten reicht doch vorne und hinten auch nicht mit anlauf doch gerade so hätte ich nicht gedacht das komische ist dass er die betten manchmal so anerkannte platzieren kann und dann würde man eigentlich denken die stürzen ab aber das machen sie dann gar nicht ja nur zurückkomme ich jetzt wieder nicht aber ich kann mich einfach überbauen ich schummeln ist eine geile mechanik ja weiß nicht ob sich das jetzt gelohnt hat aber mal gucken ich weiß ja nicht ob irgendwie 100 prozent gibt und ob das damit rein zählt oder nicht hätte ja auch was selten ist und sein können wer weiß nicht dass er jetzt irgendwas drin gewesen wäre aber ich mich dann später geärgert hätte ich habe hier noch schlechteres gefühl als bei den anderen wissen sei vorsichtig das ist richtig schon dann ich vermute mal dass das so der mitboss wird und dann müssen wir noch die anderen beiden risse machen warum auch immer die anderen beiden gebiete erkunden hier die kowalde und ich glaube gerungen er müsste das sein und dann gibt es da quasi irgendwas irgendwie will da nicht zuschlagen oh mein gott die blauen ritter schatten garde level 2 ist das selders das ist bestimmt sei das zimmer bestimmt so eine pferdepuppe hier ist das nicht sogar ihr gaul aus 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 breath of the wald oder so sich so ein weißes pferd gewesen es gibt so viele anspielungen in diesem spiel jetzt ja doch eine katze die katze schweb da die anderen türen waren alle zu ne ja komisch einfach nur so eine kleine anspielung glaube ich dass der könig hier war dein vater die ganze zeit über selder macht ihr keine sorgen wenn wir den riss schließen wird er wieder unter die lebenden zurückkehren erstmal auf den thron sitzen was eine geheimtür drunter sonst ist ja auch nichts mehr so typisch so geheimgang unterm thron um mal eben schnell zu escapen falls das volk irgendwie einen aufstand macht ja auch die normalerweise diese wand aufkriegen ist so die frage okay diese gerade da eben war komischerweise eine echte gerade dass sie sind jetzt wieder schatten wesen die dürfen dich nicht erwischen weil sonst werden die dich in einen raum mit keine ahnung einfach so ein kleines mini gefängnis ich muss den da einsperren wenn er da links ist es gab es aber immer schon im selder teil gerade im schloss hat er mich gesehen da oben steht auch einer stellst du bist du bist doch Das war's. Damit ja keiner von hinten mich angreifen kann. Das krieg ich doch einfach. So, und wir machen jetzt mal wieder eine ganz alte Taktik, die wir ganz am Anfang kennengelernt haben. So. Hm. Wo ist der Kerker? Oh, Imparts auch erwischt. Stimmt. Diese Frau, das ist doch die, die uns geholfen hat, als wir aus dem Schloss geflohen sind. Sie wurde also auch vom Riss verschluckt. Wenn wir den Riss schließen, sollte sie wieder die alte sein. Ja, das wissen wir jetzt mittlerweile aber auch schon. Hm, weiß ich, stimmt das? Nachdem ich mich von der Prinzessin verabschiedet hatte, wurde ich von den Soldaten überwältigt und in den Kerker geworfen. Es waren einfach zu viele, so gerne ich ihnen auch eine Lektion erteilt hätte, mittlerweile hat mich mein Alter wohl doch noch eingeholt. Zu meiner Zelle kann ich hören, dass sie fieberhaft nach der Prinzessin suchen. Und das ist eine gute Nachricht, denn es bedeutet, dass sie noch nicht gefunden wurde. Zelda ist jetzt unsere einzige Hoffnung. Die Soldaten unterhielten sich darüber, dass ein paar der Risse verschwunden seien. Ich nehme an, dies war das Werk der Prinzessin. Doch gleichzeitig mache ich mir große Sorgen um sie. Ist sie unverletzt? Wie wird sie all dies mühsal überstehen? Es schmerzt mich, dass ich nicht mehr tun kann, als für sie zu beten. Im Schloss ist irgendwas vorgefallen. Ist der Prinzessin etwas zugestoßen? Oder hat unser Feind einen neuerlichen Zug gemacht? Muss unbedingt entkommen und der Prinzessin davon erzählen. Ja, wovon? Vielen Dank für den wagen Hinweis, dass irgendwas passiert ist, aber nicht was. Bye. Brauchung. Och dass die Nachricht unterdenk63rd haben wir ein bisschen den Kreuz eines Einzers?